Hallo und herzlich willkommen zu einer Ankündigung zu einem, äh, das da, H2-4-Multiplayer-Runde wieder. Ähm, ich dachte, es ist mal wieder soweit. Also eigentlich wollte ich ja warten, bis der 1.4-Patch rauskommt, weil die angekündigt haben, dass sie die dreckigen, die schönen Flugzeuge umbauen, die so halt gar keinen großen Sinn machen im Moment. Also mit diesen Zahlen gegen Zahlen macht die überhaupt keinen Fun. Ähm, da aber jetzt irgendwie alle da von dem Spiel reden und die Mods auf jeden Fall am, am Boomen sind und es jetzt schon irgendwie den dritten Patch in Folge kam und sich wohl Sachen verändert haben und jeder zockt. Da habe ich gedacht, okay, dann machen wir halt mal. Und, ähm, ja, das wird jetzt eine Multiplayer-Runde. Wir machen folgendes Szenario, wir spielen nur mit dem Mod Road to 56, das heißt also bis 56 wird das gemacht. Der wurde wohl schon von Leuten getestet, ist auch hier super bewertet, der Mod und alles. Ich habe mal eben reingeschaut, was der im Grunde genommen macht, ist, der gibt euch, hier sieht man natürlich super, ähm, der gibt euch hier hinten zwei weitere Tabs für den Tech-Tree und, äh, manche Tabs, wie zum Beispiel Infanterie, haben ganz viele neue andere Einheitentypen und so da drin. Plus eben dann eben auf 56 auch nochmal hoch die Einheiten. Ich glaube, der Infanterie, Doktrinen, Tech, da vorne, das Ding da irgendwie, äh, ich glaube, das da, das hat, ähm, Dings da, äh, noch eine vierte, äh, Doktrin, die ihr auswählen könnt, statt von dreien und solche Geschichten und dann der Fokus-Tree, wie es dann verändert und damit Erfahrung. Ich meine, ich könnte es gerne mal nachlesen, da sind eine Menge Veränderungen drin. Ähm, ich habe jetzt allerdings im Spiel, als ich das mal angespielt habe ganz kurz, äh, das Gefühl gehabt, dass das wirklich gut verständlich von Anfang an ist, das heißt, ihr müsst das nicht erst irgendwann gespielt haben und alles neu lernen, das ist tatsächlich neu, vier, erweitert, das war mein Eindruck. Und dann nehmen wir den jetzt und hat auch hier sehr gute Bewertungen, wie gesagt. Jetzt nochmal ein bisschen genauer da unten. Sehr schön, okay. Auf jeden Fall, äh, der wird gespielt. So, ähm, Szenario, wie gesagt, 39 fängt es an, das habe ich mit Absicht so gewählt, einfach weil, zum einen spielen wir mal bis 56, das heißt, jeder, der immer noch auf Economy gehen will, kann das machen, aber 39 haben eben auch alle die Option, Krieg zu führen und Dinge zu machen, weil sonst ist halt für das Alliierten-Team, wenn man 36 anfängt, immer leicht sinnbefreit, das Ganze. Ich habe mal in Amerika gespielt und ich bin halt wirklich ein Eis essen gegangen, während die irgendwie den ganzen Samstag gespielt haben, war ich halt draußen in der Eis-Deal, während man in Amerika, wo sich hingebrütet hat, einmal aufgesetzt und dann macht der halt nichts mehr, ne? Und das ist schon, äh, das macht nicht so viel Fun. Und wir haben ja bis 56 und da fangen wir 39, diesmal an, haben direkt Action. Also, wenn man dann Action haben will. So, das ist eigentlich die Geschichte. Äh, regeltechnisch? Ja, das Übliche eigentlich, also das, was alle schon aus allen Videos kennen, ähm, ne? Also, kein Cheaten und so ein Zeugs. Äh, da gibt es ja so Sachen, wie, da kann man sich Manpower-Pool erhöhen, das macht man natürlich nicht. Oder, wenn ihr Einheiten umzingelt habt, dürft ihr die nicht auflösen, weil dann kriegt ihr auch wieder Manpower zurück in den Pool, ich glaube auch ein bisschen Equipment fließt zurück, obwohl es dann halt keinen Hafen gibt, die eigentlich tot wären, also sowas ist auch nicht erlaubt. Ähm, also alles, was halt irgendwie nicht realistisch ist, wird als Cheaten angesehen. Und das sind halt eben Einheiten auflösende, mit denen ihr nach Hause teleportieren, die umzingelt waren im Kessel und solche Geschichten. Oder Manpower machen, die ihr nicht haben dürftet, ne? Mit hoch- und runterschalten der Manpower-Gesetze, das sei denn, die haben wir inzwischen gepatcht. Ich bin ja gar nicht auf dem Laufenden. Also alles, was halt, ne, unrealistisch ist, wird halt rausgelassen. Oder, dass ihr euch 1000 Einser-Stacks bei Flugzeugen macht, weil die dann eben doppelt so stark sind wie ein Tausender-Stack und solche Dinger. Ne? Da gibt's halt auch diese ganzen Mechaniken, die einfach cheesy sind. Da immer alle die Finger von, wenn's irgend geht. Oder dass ihr halt überall einen Jäger oder einen Bomber in jeden Sektor beim Gegner schickt. Wenn ihr alles rot aufblinkt, den Überblick verliert, den Out-Micro, das ist kein Action-Spiel, wir spielen ein Strategiespiel und sollen, ne, alle Spaß haben. Also so einen Stoß machen wir bitte auch nicht. Aber ansonsten, ähm, also keine extra Regeln, wo er gewisse Gesetze nicht machen dürft und so. Ich glaub, die haben halt alle Bugs jetzt inzwischen rausgepatcht, wenn man sich sowas anguckt, die Liste, und ich hab auch nicht mehr von Bugs gehört. Und auch so Geschichten, dass der Russe halt den Deutschen immer einen Haufen Pferd am Anfang. Sollte eigentlich auch nicht mehr passieren, vor allem nicht, wenn wir mit dem Mod und 39 starten. Ja, das also zu dieser Geschichte mit den Regeln. Wie bauen wir das diesmal auf? Ich hab hier schon eine Tabelle gemacht, ich hab schon ganz viele Spieler, wie ihr seht. Weil, das ist tatsächlich so, ich erzähl nicht immer nur Mist, das ist tatsächlich manchmal auch so, dass das stimmt. Und zwar aus den anderen Heurunden, die bleiben immer irgendwie ein bisschen hängen, die Leute, ne. Also hier, in dieser Liste, gibt's dann sogar eine ganze Menge Leute, die aus Heu 3 noch hängen geblieben sind. Und mit denen man immer und immer wieder dann Spiele macht. Und dann auch wieder neue, die aus Heu 4 kommen und so weiter. Und von daher, wenn ich jetzt eine Runde anfange, bevor ich überhaupt ein Aufrufvideo gemacht hab, ist die Liste schon fast voll mit Spielern inzwischen. Aber wie das so ist, gibt's tatsächlich immer noch ein paar Lücken, oder Leute, die ich nicht erreichen konnte, weswegen wir halt noch Platz für Leute haben, wenn ihr mitmachen wollt. Und was ich jetzt überlegt habe, ist, dass wir dasselbe System wie beim letzten Mal machen, das war eigentlich super, wo wir sagen, wir können so viele Ersatzspiele haben, wie wir wollen. Und, also jedes Team hat so ein Team Leader, so ein Team Organisator, wenn ihr so möchtet. Das ist in dem Fall hier immer der Erste, der Petstar bei den Achsen, der Tante Russ bei den Russen. Obwohl, das ist eine Fraktion, weiß ich noch nicht, ob das stimmt. Weil eigentlich wollten die, wollten die die Achsen spielen. Und da sind das die Sowjets. Ich hab aber noch nicht Petstar gefragt. Ich muss gleich mal fragen, ob die, ob die wirklich mit den Sowjets zufrieden wären. Also mir persönlich ist völlig egal, was ich spiele. Aber die hatten sich um die Achsen gebeten, hier der Tante Russ eben. Ja, aber das können wir noch umbauen. Also das ist noch nicht fest da oben. So, auf jeden Fall, was soll ich gerade sagen? Genau, weil ich jetzt überlegt hatte, ist, dass wir, beim letzten Mal hat das nämlich geklappt, dass wir mit 5 Mann pro Fraktion spielen. Und wie die 5 Mann auf die Länder der Fraktionen verteilt werden, ist Teamsache. Also wenn ihr mit 5 Mann antretet und ihr habt nur 2 Länder, dann macht ihr eben 3 in einem Land, 2 in einem anderen Land. Wenn ihr halt irgendwie 10 Länder in einer Fraktion habt und wenn da eben die Mongolei bei ist, dann könnt ihr entscheiden, ob ihr dann Spieler reinsetzen wollt oder dass man eine KI steuern lasst. Das ist Team Management. Da sind die freigestellt. Da braucht mich keiner anlabern. Dann, das macht das Team für sich selber. So, das heißt aber auch, die Teams sind dafür verantwortlich, dass 5 Mann am Spieltag da sind. Wenn nur 3 Mann am Spieltag da sind, dann wird eben das gesamte russische Empire mit 3 Mann gespielt. Nach mir die Sintflut. Also, die Leute müssen das organisieren. Jedes Team für sich selber. Und damit das aber auch funktioniert, weil nicht jeder zu den Spielterminen kommt, da kommen wir gleich zu, gibt es wieder Ersatzspieler. Die könnt ihr halt, also das ist halt dasselbe wie immer, die setzt man auf eine Liste, am besten die Teamleader, aber am besten jeder, der im Team ist, setzt den auf die Liste sich, also Steve, Freunde, Edden und so. Und wenn einer aus dem Team aus irgendeinem Grund nicht kann, kurzfristig oder wie auch immer, oder der kann nur eine Stunde, nicht zwei Stunden. Und es gibt auch schon Leute, die haben gesagt, die würden ganz gerne unter der Woche spielen, aber nicht am Wochenende. Dann kann man halt aus diesem Satzspielerpool sich bedienen, aber eben zu seiner Fraktion bitte, damit die nicht alle die Strategien verraten an die anderen und dann durchgemischt werden. Das wollen wir nicht. Das wäre die Idee. Und wie gesagt, im Moment versuchen wir das mit 5 Spielern im Spiel. Wenn das nicht flüssig laufen sollte, aber wir hatten das eigentlich schon mal gehabt, da liegt das flüssig. Dann gehen wir runter auf 12 Spieler, dann wären das halt 4 Spieler pro Fraktion. Aber erstmal mit 5 fangen wir an und dann eben einen Haufen Ersatzspieler unten dran, je nachdem, wie viel jeder haben will. Also mir ist ganz jedes Team 10 Ersatzspieler machen. Sie müssen ja selber entscheiden, wie der das machen will. Meine Erfahrung ist so, ein, zwei Ersatzspieler lohnt sich immer. Wenn ihr die Leute nicht kennt, lohnt sich auch 3 oder 4 leider. Ja, aber das wäre so die Idee. Ich kann euch aber aus meiner Erfahrung sagen, wenn ich sage, wir brauchen Ersatzspieler, dann ist es so, dass wir noch nie die Situation hatten, also das ist halt immer so. Aus irgendeinem Grund ist es halt so, dass nie, also dass immer welche Leute aus irgendeinem Grund nicht kommen. Obwohl die Namen, die jetzt hier vorne seht, da hat mir eigentlich noch keiner am Stich gelassen, außer Vorrömer. Den habe ich auf der Liste, das sind damals auch gekickt. Aber der Tante Russ hat gesagt, er spielt jetzt in letzter Zeit öfter mit denen, kennt den wohl gut und hat seine Hand dafür ins Feuer gelegt. Und da habe ich jetzt auch gesagt, okay Tante Russ, dann spielst du mit Vorrömer und sein Mitbewohner. Und wenn er rausgeht, musst du es halt selbst organisieren. Das wollte ich dann keinem anderen zumuten. Und beim Bettelmeister auch mit denen spielt, habe ich die einfach zusammengepackt. Ich bin ja all for, zweite Chance und so. Aber da ich ja schlechte Erfahrungen gemacht habe, lasse ich das Tante Russ die zweite Chance realisieren. So, aber auf jeden Fall ist das tatsächlich auch jetzt das Hardcore-Team, weil die mit Abstand auch die meiste Erfahrung haben da. Aber das ist eine andere Geschichte. So, ja. Ansonsten, Spieltermine. Ich kann es gerne nochmal beischreiben, das ist hier schriftlich. Jeden Dienstag, jeden Mittwoch um 20 Uhr und jeden Samstag um 16 Uhr. Und dann geht das unter der Woche bis 23.30 Uhr. Bis 0 Uhr war ein bisschen langer, weil die Leute müssen ja auch arbeiten oder Schule oder wie auch immer. Und jeden Samstag geht das bis 24 Uhr mit Pinkelpause dazwischen. Da müssen wir gucken, wie die Leute lustig sind. Oft gibt es ja auch mal ein Disconnect und so und dann macht man in dem Moment eine Pause und da gibt es keine Uhrzeitenfeste dazu. Das sind die drei Spieltermine, die fix sind. Wir hatten, ich habe mal verschiedene Setups gehabt, auch mal gearbeitet mit, dass man halt immer wieder eine Liste macht und dann vergleicht, wann die Leute können. Mit der Doodle-Liste und so. Und das führte halt dazu, dass man teilweise pro Woche nur ein Spiel gemacht hat, manche Woche gar kein Spiel. Ich glaube, mit den fixen Terminen, das hat man beim letzten Mal, glaube ich, dann gemacht, sind wir viel, 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 viel besser gelaufen, weil die Leute halt einfach ihre Termine frühzeitiger planen beziehungsweise einfach die Ersatzspieler mit einplanen. Ansonsten wird das halt fragwürdig in der Liste immer ausgefüllt, hatte ich den Eindruck. Und dann machen wir diese drei fixen Termine pro Woche. Los geht es diesen Dienstag. Aber Teambesprechungen, Teamorganisierende, Strategiebesprechungen ist definitiv vor dem Dienstag, weswegen wir das in den Fraktionen eigentlich auch klären müssten. Ja, da bin ich mir halt noch nicht so ganz sicher. Ich würde jetzt, also ich würde eigentlich ganz gerne die Russen spielen, obwohl dann werde ich direkt getötet von Tantarus und Co. Ja, ich würde sagen, ich habe es jetzt hier so stehen und eigentlich gibt es kein Für und Wider. Wir machen es einfach so. Also mir persönlich ist es auch völlig egal, ehrlich gesagt. So, von daher machen wir es einfach so. Was wir jetzt brauchen in der Liste, seht ihr noch ein paar Spieler. Und zwar, wie gesagt, jedes Team fünf aktive Spieler. Das heißt, in jedem Team könnte noch mindestens ein aktiver Spieler rein. Und dann eben gibt es hier unten noch Ersatzspieler-Slots. Und da weiß ich sogar auch nicht hundertprozentig, ob die alle am ersten Termin können. Da schürt ich mir noch gar keine Antwort. Da denke ich mir, dass der mitmacht. Also da könnt ihr euch auch als Ersatzspieler melden. Also ihr könnt auch sagen, ihr könnt nur einmal pro Woche, dann seid ihr automatische Ersatzspieler in meinen Augen. Ich trage das dann hier unten ein, wenn ihr über Steam geeditet. Oder wie auch immer. Wenn ihr halt zweimal könnt, wenn ihr dreimal könnt, dann seid ihr eher fester Spieler als Ersatzspieler. Könnt ihr gerne zuschreiben. So, wenn ihr jetzt interessiert seid an der Geschichte, folgendes, ihr schreibt euren Steam-Namen da rein. Und jeden, den ich bei Steam am ersten Mal nicht finde, den suche ich auch kein zweites Mal. Und dann schreibt ihr rein, wofür ihr mitmachen wollt. Und zwar, wenn ihr für die Russen mitspielen wollt. Und das machen wir jetzt einfach als Russen, damit die planen können schon. Und dann müsst ihr Petstar anschreiben. Der heißt auch Petstar bei Steam, glaube ich. Aber er hat gesagt, ihr möchtet, dass ihr einfach schreibt, ich möchte bei Petstar mitmachen. Und das ist mein Steam-Namen und dann wird Petstar euch adden. Der wollte das in der Reihenfolge haben. Das ist ihm, glaube ich, ein Lieber. So würde ich wahrscheinlich ablehnen, wenn er seinen Namen schreibt. Dann meldet ihr euch bei dem. Und am besten mit zwei, drei Worte vielleicht, wie viel Erfahrung ich schon habe, damit er das einschätzen kann. Dann muss er das halt organisieren. Ich weiß aus der letzten Multiplayer-Runde, dass, also die beiden waren auf jeden Fall dabei. Ich glaube, die beiden waren auch dabei. Ich könnte es jetzt nicht mehr beschwören. Bei denen weiß ich es ganz sicher. Mit denen habe ich auch schon ein paar Mal geplaudert. Also mit denen kann man wirklich gut reden. Und die haben auch Spielerfahrung, vor allem auch Multiplayer. Vor allem unsere Multiplayer-Runde, wie wir die organisieren. Also da braucht ihr keine Angst haben, dass ihr da in ein Anfängerteam oder so geht. Das ist auf gar keinen Fall der Fall. Ich glaube, da könnt ihr grundsolide Dinge erwarten in Form von Organisation, Gameplay, TS und den ganzen Head-Mac. Und die Leute mit schlechtem Mikrofon, die habe ich eigentlich auch schon alle aussortiert, obwohl das immer dynamisch ist, die Situation mit Mikrofon, habe ich einen Eindruck. Aber in aller Regel habe ich jeden mindestens dreimal angeschrieben, der ein schlechtes Mikro hat. Mein viertes Mal ist er geflogen. Von daher haben die in aller Regel auch ein gutes Mikrofon. Wo in dem kann ich heute nicht in TS gehen. Das müssen wir auch noch klären. Gut, das auf jeden Fall, die für den bei den Russen mitmachen wollen. Da könnt ihr auch schon erwarten, dass sie ein gutes Spiel machen. Da bin ich eigentlich immer sehr zufrieden gewesen bisher. Bei den Achsen fehlt wohl noch ein Mann. Ein Parker macht zwar mit, da bin ich mir aber nie so ganz sicher, wann der immer kann. Da hatte ich die ein oder andere Erfahrungen mit ihm gemacht. Und manchmal hat der auch etwas, dass das Internet scheiße ist, wegen, keine Ahnung, was da los ist mit seinem Laptop. Deswegen habe ich den ersten Mal Satzspieler eingetragen. Ist aber auf jeden Fall ein netter Kerl. Das heißt aber trotzdem, dass bei den Achsen noch ein fester Platz frei wäre. Ja, was soll ich sagen? Wenn ihr euch dafür melden wollt, also das ist halt, die werden halt Roffelstompen über alle, würde ich vermuten. Deswegen ist es vielleicht auch ganz gut, dass sie das Achsenteam sind, weil in aller Regel wäre die Achsen halt irgendwann genugt von allen. Das seien die anderen Bauern richtig Mist. Aber in dem Falle würde ich sagen, dass die Achsen vielleicht das Spiel gewinnen. Aber es ist jetzt auch kein großes Drama. Übrigens das Szenario geht zwar bis 56, aber die Idee ist, das sage ich vielleicht noch vorweg, das hätte ich vielleicht zuerst sagen müssen, jeder hat gegen jeden Krieg. Ja, jeder hat gegen jeden Krieg. Also die Russen müssen und die Allies, heißt, die müssen halt die Kriegserklärung gegeneinander so früh wie möglich machen, würde ich sagen. Da müsste man vielleicht nochmal am Spieltag Beginn drüber reden. Also entweder so früh wie möglich, Kriegsgrund basteln und dann Krieg erklären. Was heißt entweder? Wir machen das genau so. Kriegsgrund basteln und Krieg erklären. Ich glaube, das macht man in diese Richtung. Ich muss mal gucken, wer das früher kann. Ich würde sagen, weil die Achsen sowieso, die Alliierten immer die stärkste Fraktion sind, müssen die sich das aufbürden. Das heißt, die Alliierten, habe ich eben Achsen gesagt, also die Alliierten, die müssen so früh wie möglich den Russen den Krieg erklären. Fertig. Punkt um. Achso, und im Gegenzug muss natürlich jeder am gegen den Krieg erklären. Also die Achsen und die Allies müssen sich gegen den Krieg erklären. Also Achsenaufgabe, den Alliierten den Krieg zu erklären, würde ich sagen. Und die Russen erklären dann den Achsen den Krieg. Nochmal von vorne. Die Alliierten erklären den Russen den Krieg, die Russen den Achsen und die Achsen den Alliierten. Okay. Das ist die Hackordnung. So machen wir das jetzt einfach mal. Müssen wir mal gucken, ob das funktioniert. Ich bin so weit raus aus der Balancing und allem, dass ich nicht sagen kann, ob das zu Katastrophen führt. Eventuell müssen wir in letzter Minute noch was umstellen. Aber in jedem Fall ist das Ziel am Schluss jeder gegen jeden. So, und dann geht es so weit, dass eine Aktion auf jeden Fall genuket wird. Eine Fraktion. Ist ja klar, ist immer so. Entweder die Achsen oder die Russen. Und dann ist es halt Ost-Konflikt gegen West-Konflikt über Wasser. Was inzwischen gehen soll. Ihr könnt inzwischen die Schiffe, also die Dockjacks, könnt ihr wohl Hardcore-Tacken und Hardcore-Effizienten machen und Hardcore-Schiffe pumpen. Wir hatten, glaube ich, mal eine Runde, da haben die sogar den Kontinent erobert und haben halt Hardcore keine Schiffe gepumpt, weswegen die dann trotzdem nicht gewinnen konnten, weil die nicht nach Übersee kamen. Also meine Idee wäre, gewonnen hat der, der der Washington D.C., Moskau und diese Berlin-Stadt hält. Wer alle drei diese Hauptstädte hält, von den Fraktionen sozusagen, der hätte das Spiel gewonnen. Das wäre, wie ich das definieren würde, als Sieg. Und das wird am Schluss wahrscheinlich ein Ost-gegen-West-Konflikt dann sein. Ja, das wäre halt die Siegbedingung. Aber im Prinzip ist es immer so, dass die Leute vorher aufgeben, Lust verlieren, wenn irgendwie einer zu übermächtig wird, dann wollen die jetzt nicht durchspielen bis zum Ende. Aber das wäre sonst die Siegbedingung, wenn ihr eine braucht. Gut, also das wäre auf jeden Fall das OP-Team hier. Die haben halt die Hardcore-Erfahrung und haben den Mod auch schon hoch und runter gespielt. Seit, seit mehreren Tagen spielen die nur diesen Mod wohl und haben auch von vorher Erfahrung. Also, wenn ihr ins Team wollt, wo ihr sehr erfahrene Spiele habt, die euch auch gut beraten können und alles, dann seid ihr, glaube ich, im Achsen-Team gut aufgehoben. Da wäre bevorzugt auch einer, der jetzt nicht ein Hardcore-Gamer ist, damit das vielleicht ein bisschen ausgeglichen wird. Plus, da können wir einen vielleicht auch zum Heu-4-Spieler erziehen. Der kriegt dann eben quasi den Lehrgang da und kann sich dann langfristig ausbilden lassen zum guten Heu-4-Spieler für weitere Heu-4-Runden. Vor allem, wenn dann die Flugzeuge geändert werden. Also, da ist das hier das Ausbildungsteam, was aber trotzdem wie in den Roffel stammt. So, jetzt kommt das Alliierten-Team, da wo ich drin bin, Team Leader. Jetzt kriegt ihr was mit, das habt ihr so noch nicht erlebt, aber wenn ihr bei mir im Team seid, das ist die Leeroy-Jenkins-Runde diesmal. Ich habe halt seit Ewigkeiten kein Heu-4 mehr gespielt. Ich könnte euch nicht sagen, also ich habe eben reingeklickt und ich habe keine Ahnung, wie die Game-Mechaniken funktionieren. Ich habe die Knöpfe nicht gefunden, gar nichts. Und dann gab es halt tausend Patches und so weiter. Ich habe durch Zuverletzungen von Tantarus gehört, dass solche Flaks inzwischen Flugzeuge abknallen, was ja vorher nicht passiert ist. Ich habe das ja getestet. Inzwischen geht das aber wohl. Da gibt es so viele Änderungen und dann kann ich den Mod auch überhaupt gar nicht. Also wenn ihr bei mir ins Team kommt, dann könnt ihr mit großer Sicherheit davon ausgehen, dass ihr nicht gewinnen werdet. Ich sage euch das direkt vorweg. Und da kann ich nur entspannte Persönlichkeiten in meinem Team haben. Der Taka hat auch schon gesagt, er will eine entspannte Runde machen. Er ist eigentlich ein sehr erfahrener Spieler, aber in letzter Zeit hat er wohl auch nicht viel gemacht, wenn ich es richtig verstanden habe. Und wir spielen halt eine ganz, ganz lockere Runde. Ich weiß gar nicht mehr bei Major. Ich glaube, der hat gar keine Ahnung von dem Spiel. Da habe ich mal Lolli gespielt. Und der Witt, der war mal bei einer Runde dabei. Ich wüsste aber nicht mehr, wie er fahrende ist, aber ich glaube, also wenn er super erfahren wäre, dann klickt das immer in meinem Hirn. Und da würde ich auch sagen, sind das eher ruhigere Spieler und auch unerfahrene Spieler. Das heißt, ihr habt theoretisch zwei alte Hasen hier, aber in der Realität haben wir keine Ahnung von dem Ethereum. Wir gehen es halt auch sehr, sehr locker diesmal an und haben zwei, ich denke, das war ein Anfänger, ehrlich gesagt, dabei. Plus ich habe Schürti aufgeschrieben, wenn er mitmachen will. Den würde ich auch in Priorität da reinsetzen, wenn er wirklich regelmäßig kann. Und Schürti ist der Kamerad, der es geschafft hat, mit der englischen Flotte gegen die deutsche Flotte zu verlieren, ohne das zu sehr betonen zu wollen. Weil Schneeflock hat das wohl auch geschafft. Und das zweimal, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und das bei Heu 3 und bei Heu 4 oder sowas. Also ein super netter Kerl und alles, aber der ist bei uns im Team. Damit ihr ungefähr wisst, wenn ihr euch für das Alliierte-Team bewerbt, was euch da erwartet. Wir haben TS, wir haben wahrscheinlich viel Spaß und ich habe hier auch ein Radio irgendwo rumliegen. Und das wird eine lustige, entspannte Runde, damit ich wieder in Heu reinkomme. Und wir gucken dann zu, wie die Achsen und die Stoppels sich gegenseitig verprügeln. Also ich könnte euch, also ich versuche das schon ernsthaft zu spielen, versteht mich da nicht falsch, wenn ihr euch hier für die Alliierten meldet. Aber ich glaube, wenn die anderen Mitspieler das hier nicht pushen mit den Strategien und den Techniken und was wichtig ist und mir sagen, wo es lang geht, ich glaube nicht, dass diese Runde von den Alliierten hartkondominiert wird. Deswegen ist es vielleicht auch ganz gut, dass wir tatsächlich die Alliierten spielen. Ja, das ist die Geschichte. Das ist eigentlich alles. Mehr braucht man gar nicht. Termine haben wir, Mitspieler haben wir, Uhrzeiten, alles. Ja, und dann könnt ihr euch, wie gesagt, jetzt noch bewerben für die ganzen Sachen. Bewerbung geht immer in der gleichen Richtung. Und das Video, da suchen wir dann später auch immer wieder nach einer Woche rein, wenn noch was fehlt. Steam-Name, kurze Beschreibung von euch und was halt, Spielerfahrung und so ist. Und dann werdet ihr wahrscheinlich in Steam geeditet oder kurz einen TS gerufen oder beides. Dann wird mal kurz geplaudert und dann guckt man halt, dass was geeditet wird. Und ja, und das ist die Geschichte. Und worauf ich mich besonders halt freue, ist einfach reinzugucken, was die anderen machen, zusammenfassende Videos zu machen, über alle zu urteilen, obwohl ich keine Ahnung mehr habe. Das gehört auf jeden Fall dazu. Und ich bin mal gespannt, was diesmal läuft. Ich kann euch jetzt schon sagen, was ich erwarten würde von den Leuten. Die werden auf jeden Fall Hardcore jeden waschen, weil die die Mechaniken kennen und weil die die Achsen spielen. Das zusammen ist halt eine tödliche Mischung. Bei bei Russe, sage ich jetzt schon. Aber das sehen wir dann. So, und ich würde sagen, so lassen wir es erstmal stehen. Und dann hoffe ich, dass wir ein paar schöne Videos daraus bekommen. Die Geschichte, ob wir das live aufnehmen. Also gerade mit den Alliierten ist live, glaube ich, ultra unspannend. Aber, also Zusammenfassung definitiv. Vielleicht auch live, muss ich mal gucken. Wenn ihr Interesse habt, ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere auch streamen kann. Ich weiß, wer hätte man das, dass er könnte streamen. Ich weiß nicht, ob er was machen will. Vielleicht lädt er auch auf seinem Kanal was hoch. Und, ja, und das war es eigentlich, würde ich so sagen. Ich werde die Videos auf jeden Fall markieren für euch diesmal. Zwischen, zwischen Live-Videos und, und After-Action-Report. Das müsst ihr gucken, wenn da AAR steht, After-Action-Report, dann ist es eben quasi die Spielzusammenfassung, weil nicht jeder das eine Format oder das andere mag. Manche mögen beide, aber nicht jeder mag jedes. Ich würde es auf jeden Fall für euch markieren. Wenn ihr sonst noch Wünsche habt, könnt ihr es gerne mal beischreiben. Ja. Ja, das war's. Dann hoffe ich, dass alle sich freuen über die Runde, dass ihr viele Kommentare da lasst, dass wir mal Mitspieler finden und auch wieder lustig viele Kommentare unter den Live-Videos dann später drunter haben und hoffe, dass wir alle zusammen eine schöne, interessante und spannende Runde haben. So. Achso, und ihr könnt gerne Wetten abschließen. Also, ich setze meine Karten ganz klar auf das Achsenteam. Ich würde sagen, Gewinnchance, Achsenteam, 70 Prozent, Sowjets, 20 Prozent, weil die nicht im Achsenteam sind, unsere 10 Prozent, weil wir Taka drin haben und der tatsächlich das gut organisieren kann. Ich habe mich tatsächlich diesmal auch super zurückhaltend, weil, also neben der Unerfahrenheit, die ich im Moment spüre, ist es tatsächlich auch so, dass, also ehrlich gesagt, ich bin nicht so heißer drauf wie früher auf das Spiel. Mir geht es eher um die Community und das ein bisschen angucken und ich mache gerne die Videos. Aber heiß auf Spielen, auf Heu4, bin ich gerade nicht so besonders. Aber wenn der Taka das ein bisschen in die Hand nimmt oder irgendeiner, der da mitmacht, vielleicht wird das dann doch was. Also Befehle ausführen kann ich auf jeden Fall. Wenn einer sagt, mach eine Invasion, schnapp dir Frankreich, hau den Tantarus in Stücke, der da steht, da bin ich sofort dabei. Aber ich will keine großen Strategien hier machen, das lasse ich den anderen diesmal. Nachwuchs generell, go go, sage ich nur. So, in dem Sinne, bye bye.